Ja, herzlich willkommen auf der Interdive. Wir sind hier beim FinSup & Ends Degree Stand. Vor mir steht die Silvana und die sagt euch mal, warum ihr hier unbedingt mal vorbeikommen solltet. Hallo, herzlich willkommen bei uns bei FinSup. Kommt gerne zu uns rein auf den Stand. Bei uns findet ihr von dem Reisejacket, das in ganz vielen verschiedenen schönen Farben gibt, ein vollwertiges Wing, was sehr leicht ist. Ab 2,4 Kilo bis hin zu unseren großen Wings für die Doppeltanks, für die technischen Taucher als Hufeisen oder Donut. Und wir haben auch sehr viel Zubehör wie Wheels, Masken, könnt ihr alles sehen. Und unsere Side-Mount-Jackets, einmal das FlySide, unser berühmtes und unser ganz tolles Speleo mit der Softplate. Perfekt, und das kann man hier alles testen, anprobieren? Könnt ihr alles hier anschauen, anprobieren. Wir haben noch zusätzlich zu unseren tollen FinSup-Produkten noch die Marke Enziqui dabei. Die Marke Enziqui ist ein Brand aus Australien. Der hat eine Funktionswäsche, ein dreilagiges Material, was atmungsaktiv ist und isoliert die 3 mm Neopren. Das heißt, wenn ihr über Wasser seid, schwitzt ihr nicht. Ihr könnt es statt 3 mm Neopren anziehen unter Nassanzug oder Trockenanzug als Unterzieher. Ganz toll zu gebrauchen, auch für Stand-Up Paddling und Kite-Serfen, da es sehr abkunftsaktiv ist. Hinzu haben wir noch eine Neopren-Linie, der Eminence QD. Das ist ein ganz toller Anzug, der innerhalb von 10 Minuten abtrocknet, wenn ihr den rumdreht. Wurde auch schon von der Tauchen getestet. Ganz genau, den Testbericht könnt ihr euch bereits durchlesen. Genau, und ist auch in der berühmten Netflix-Serie Dive Club zu bestaunen. Kommt her, schaut ihn euch an. Ihr könnt auch alle anprobieren. Super, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Messe und ich hoffe, wir dürfen bald mal eure tollen Jackets testen. Ja, sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss.